So, nehmen wir aber das Blatt jetzt von hier in den Kost machen und zwar auf der ganzen Fläche. Dadurch wird sich das Papier ausdehnen. Ihr seht schon, wie sich das Leit wölbt. Ein Glas drauf, so nun wird das Ganze am Rand mit Streifen verklebt. Jetzt muss man relativ zügig arbeiten. So, jetzt muss man relativ zügig sein. So, jetzt muss man relativ zügig sein. So, jetzt muss man relativ zügig sein. So, das Ganze muss ringsherum versieren. Und sich das Blatt, wenn es anfängt zu trocknen, wird sich das in das Glas spannen, wie eine Trommel. So. So. Vielen Dank.